Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Blast Unleashed. Hier im heutigen Part möchte ich euch ganz gern mal so mein favorisiertes Buff Food zeigen, beziehungsweise worauf ihr vielleicht ein bisschen achten sollt, oder auch, dass ihr überhaupt ans Buff Food denkt, also an eure Möglichkeiten, euren Charakter hier zu stärken, vielleicht Schwächen auszugleichen oder eure Starken einfach noch stärker zu machen. Könnt ihr auch ein bisschen ausprobieren, was da so ganz gut funktioniert. Möchte ich mich gar nicht so sehr festlegen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf euren Charakter an. Trotzdem möchte ich euch da so ein paar Dinge mal zeigen, die ich so generell empfehlen würde. Ja, zum einen hat man die Elixiere, die man hier trinken kann, die die, ja, zum Beispiel jetzt hier in dem Fall die Angriffskraft um 30 Minuten lang um 10% steigern. Also die Dinger scheinen wohl 30 Minuten zu laufen. Müssen wir gleich mal gucken, habe ich gar nicht so drauf geachtet, wie lang die letzten Endes laufen. Es reicht auf jeden Fall normalerweise aus. Also hier haben wir 30 Minuten und die Wundermittel, die halten 60 Minuten und die haben dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten oder Verstärkungen. Die sind auch richtig stark. Hier erhöht die Angriffskraft um 60 Minuten lang um 15% oder halt hier die Crit Chance um 12%. Das ist halt schon jede Menge. Des Weiteren kann man noch, sage ich mal, für seine Gruppe kochen, kann man am Lagerfeuer nutzen und hat dann noch die nächsten 10 Minuten eine Stärkung. Ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Die nächsten 60 Minuten eine Stärkung wieder der kritischen Trefferrate hier zum Beispiel von 9%. Wenn man das jetzt zum Beispiel zusammenzählt, könnte man zum Beispiel hingehen hier mit 12%. Also die drei Sachen sind parallel nutzbar, das muss man dazu sagen. Und so wäre es zum Beispiel möglich, einen Nicht-Crit-Charakter zu einem Crit-Charakter zu machen. Hier mit 12% und 9% zusätzlich. Da kann man schon mal so Richtung 30% kommen, wenn der Charakter vielleicht noch 3, 4, 5, 8%, 12% hat. Und dann kann man hier schon einiges auslösen bzw. wie ich schon sagte, eine Schwäche zum Beispiel ausmerzen. Oder ihr könnt hingehen hier über Wundermittel der Klingen und Elixier der Klingen. Zum Beispiel eure Angriffskraft dann letzten Endes um 25% steigern. Und das ist schon einiges, wenn man 6, 7, 8, 9, 10.000 Schaden hat und dann das nochmal um diesen Wert halt eben steigern kann. Das ist halt schon heftig. Ja, des Weiteren, wie ich schon sagte, kann man dann hingehen und zum Beispiel seine Crit-Chance noch 9% nach oben setzen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann seinen kritischen Trefferschaden nach oben setzen und so weiter. Ich habe mich jetzt mal zum Test für diese Variante entschieden. Wichtig ist nur, dass ihr überhaupt da was macht und überhaupt dran denkt, sage ich mal. Und dass es nicht ganz sinnlos ist. Also zum einen haben wir hier die geteilten Mahlzeiten. Was ist da so ganz sinnvoll? Gehen wir von hinten nach vorne, sage ich mal. Da haben wir einmal das Rindfleisch-Curry, das halt 20% Crit-Schaden erhöht. Das ist natürlich für zum Beispiel jetzt kritische oder Charaktere, die oft gritten, natürlich gar nicht mal so schlecht. Nochmal 20% mehr Schaden zu machen. Das kann man halt machen. Oder das Tiger-Garnelen, die Tiger-Garnelen-Maultaschen würde ich da empfehlen mit 9% Crit-Rate, die ich mir ja auch gekauft habe. Dann seht ihr, was da noch so drin ist. Hier die Lebenspunkte um 450 erhöhen würde ich nicht empfehlen. Die Angriffskraft um 120 erhöhen. Ja, da ist immer so meine Denkweise. Ihr könnt mit einem A-Slot maximal, glaube ich, 530 Attack dazubekommen. Und dann kriege ich hier über so einen Buff-Hoot 120 dazu. Wenn ich zum Beispiel hier rüber, ich kann 8,1% maximal Crit-Rate dazubekommen bei einem A-Gear. Und hier bekomme ich dann 9%. Also ich bin über einem Slot drüber sozusagen. Und bei dem hier bin ich nur im Slot drin. Ganz easy. Also 120 Angriffskraft ist einfach viel zu wenig. Vor allem, wenn ich mit anderem Buff-Hoot dann wiederum 10 oder 15% Angriffskraft buffen kann. Dort allerdings auch nur die Crit-Rate um 9 oder 12% oder sowas erhöhen. Also das Verhältnis stimmt einfach nicht. Da hole ich mir einfach lieber da hinten die Angriffskraft mit und hier dann die Crit-Rate, sage ich mal. Bei den Elixieren oder beim Wundermittel dann die Crit-Rate mit. Und dann würde ich, äh, äh, und dann hier zum Beispiel den Crit-Schaden oder die Crit-Rate, äh Quatsch, jetzt habe ich es andersrum gesagt. Bei den Elixieren oder Wundermittel eher die Angriffskraft mitnehmen und hier dann eher die Crit-Rate oder der kritische Treffer schaden. So wäre da meine Auffassung. Was auch noch nicht schlecht ist, gerade wenn man gegen Gideon kämpft, Probleme hat oder noch ein Anfänger ist oder generell keinen Heiler dabei hat oder sowas, ist hier der frische Obstkuchen, der alle 5 Sekunden 1,5 der maximalen, also 1,5% der maximalen Lebenspunkte regeneriert. Wenn ihr dann noch einen Ranger dabei habt, der noch ein Mark, ein ordentliches Mark setzen kann, das auch noch heilt, ist das natürlich auch nicht schlecht. Also das wären so meine Empfehlungen, was jetzt hier die geteilten Mahlzeiten angeht, kann ja einer in der Truppe machen. Ja, und dann haben wir hier noch die Elixiere, gehe ich auch natürlich nur auf die Stärksten jetzt ein. Bleiben wir mal bei den Elixieren. Was haben wir hier? Ich habe ja schon gesagt, Elixier der Klingen, das ist jetzt das, was ich meine. Da steht nicht 120 Angriffskraft, sondern mal 10%. Das ist natürlich schon was ganz anderes, außer ihr seid ganz am Anfang und habt nur 1200 Schaden oder Angriff, dann wäre das natürlich genau der gleiche Wert. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Die Elixiere sind generell eigentlich relativ gut. Auch hier die Verteidigung 15% zu erhöhen kann eventuell sinnvoll sein, je nachdem, wenn ihr da Probleme habt. Hier könnt ihr euch zu einer Glaskanone, sag ich mal, mutieren oder halt eben zu einem Tank. Ja, und hier zu einer Glaskanone, so rum ist es richtig, würde ich aber allerdings nicht empfehlen. Da würde ich eher Elixier der Klingen holen. Da habe ich nur 10%, Quatsch, 5% weniger Schaden, also Schadensverlust und habe aber die 20% Verteidigung, ist nicht verringert. Ja, zumindest mal, ich denke mal, dass es Prozent sind. Da steht ja nur Verteidigung um minus 20, das glaube ich jetzt nicht. Ja, bleiben wir mal bei den Elixieren. Also was ist da ganz sinnvoll? Gehen wir jetzt nur mal wirklich auf die Sinnvollen. Also hier erhöht die Verteidigung 15%, ist natürlich nicht schlecht. Damit könnte zum Beispiel jetzt so ein Ranger wie ich seine schwäche Verteidigung auch ausmerzen. Die ist nämlich echt schwach bei mir. Das würde zum Beispiel vielleicht Sinn machen, dass man jetzt so schnell umkippt. Kann man das ganz gut nutzen, wenn ich jetzt nicht weiter auf Glaskanone spielen wollte. Elixier der Klingen, habe ich schon gesagt, wäre absolut empfehlenswert. Hier PvP-Schaden kann man zum Beispiel buffen. Hier auch die maximale LP, 30 Minuten lang um 10% zu erhöhen, ist vielleicht nicht ganz schlecht. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und hier Elixier des Jägers kann man auch machen. Wenn man dann alles auf Crit zum Beispiel holt, kann man 9% über die Mahlzeit holen. Nochmal 8% hierüber und 12% über das Wundermittel. Dann ist man bei 29% Crit Rate, die man alleine nur über Buff Food holen kann. Das ist schon richtig heftig. 29% Crit Rate nur über Buff Food. Ja, Elixier der Zerstörung. Hier kritischer Trefferschaden könnte man auch machen. 15% ist nicht schlecht. Kann man machen. Das sind alles so Sachen, die würde ich empfehlen. Allerdings, wie gesagt, würde ich tendenziell zweimal auf Schaden und einmal auf Crit gehen. Aber da kann jeder so ein bisschen rumspielen. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Hier auch nochmal Wundermittel, die Wundermittel halt eben, die man auch noch einnehmen kann. Hier kritischer Trefferschaden ist natürlich auch absolut nice. 25% mehr kritischer Trefferschaden ist schon jede Menge. Die Crit Rate generell 12% hochsetzen. Habe ich ja schon oft genug jetzt davon geschwärmt. Kann man auf jeden Fall machen. Was haben wir hier noch? Nochmal auch mehr Leben kann man auch hier mit reinholen. Auch vielleicht für so eine Schwäche auszugleichen. Da könnte man zum Beispiel zweimal Leben mitholen. Und einmal Crit Rate, das wäre möglich. Aber ich würde halt immer was holen, wo ich halt Prozent habe und relativ viel. Oder hier nochmal die 15%. Da hätte ich als Ranger jetzt, wenn ich das Elixier hole und hier das Wundermittel, hätte ich 25% mehr Verteidigung. Und könnte mir dann die Crit Rate als Lunch Paket da buffen. Als geteilte Mahlzeit buffen. Kann man zum Beispiel machen. Da hätte ich ein bisschen mehr Crit, aber wesentlich mehr Verteidigung. Kann man auch machen. Warum nicht? Wenn man sonst voll auf Damage ausgelegt ist. Ich bin halt Fan hier vom Wundermittel der Klingen. Ja, das war es soweit. Und dann zeige ich nochmal ganz kurz, was ich dann. Oder ja, gehen wir mal ganz normal gleich in den Kampf. Ihr seht mich dann gleich im Kampf. Bis denn. Ja, hier bin ich dann wieder im Kampf. Ihr seht jetzt hier, meine normale Attacke macht jetzt 4700 oder 9900 kritisch. Ich zeige jetzt nur immer mal die. Und da sieht man schon, das ist halt mein Grundwert, was ich da an Damage mache. Und da gucken wir mal, die anderen Schüsse, die danach kommen, haben halt eine andere Skalierung. Und da gehe ich jetzt mal ans Feuer. Und da gucken wir uns das gleich mal an. Beziehungsweise, wir gucken uns noch ganz kurz meine Werte an. Wie sehen die jetzt aus? Ich habe 6400 Angriff. Verteidigung, Crit Rate. Ihr seht ja alles 37% Crit Rate. An der werden wir ja noch was machen. Und dann werde ich jetzt gleich mal die Sachen halt eben benutzen. Oder wisst ihr was? Bleibt einfach dabei. Wir gehen jetzt mal zum Feuer. Ich wollte es eigentlich rausschneiden. Aber was soll's. Ich hole es jetzt einfach mal so komplett mit rein. Wie das dann generell funktioniert. Also das Ganze hier mache ich natürlich nur das Testzwecken oder Austestzwecken. Normalerweise würde ich das natürlich so hier nicht machen. Das macht man nur in Dungeons oder wo man das dringend braucht und so weiter. Aber ich möchte es einfach nochmal zeigen, so an die deutsche Community, was das halt eben ausmacht. Hier haben wir jetzt zweimal der Klingen. Dass wir da eben im Schaden da ordentlich nach oben kommen. 6400, wie gesagt, ist mein grundsätzlicher Damage, der da am Start ist. So, und da haben wir noch die Tiger Garnelen Maultaschen. Und jetzt seht ihr das. Jetzt ist hier nicht mehr Angriff 6400, sondern einfach mal 8000. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und jetzt kann ich meine... Das war meine Idee davon. Die 8000, das ist ja gut und schön. Das bringt mich schon mal ordentlich nach vorne. Davon berechnet sich ja mein kritischer Treffer Schaden, der schon recht hoch ist. Und meine Crit Rate ist auch schon recht hoch. So, und jetzt machen wir... Jetzt gehen wir noch hier hin und werden hier was zubereiten. Nicht zubereiten, Quatsch. Hinsetzen und Essen teilen. So funktioniert das. Das könnt ihr halt im Dungeon dann auch machen. Teilen. Und jetzt teilen wir hier die Tiger Garnelen Maultaschen. Und jetzt haben wir alle drei Buffs am Start. Wir haben 46% Crit Chance. Kritischer Treffer Schaden 209%. Und wir haben 8000 Angriff. Und jetzt gehen wir mal hin und schauen uns, sag ich mal, meine Attacken jetzt an. Und wie das Ganze dann läuft. Unten seht ihr die Buffs halt laufen. Alle drei Buffs sind am Start. Natürlich könnt ihr im Dungeon dann wiederum noch weitere Buffs von Mitstreitern erhalten. Wenn da jemand einen Bogen hat, der den Attack wird, der Mitstreiter erhöht. Oder die Crit Rate der Mitstreiter erhöht. Oder was weiß ich was. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was noch zusätzlich möglich. Und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Also ihr seht, das sind gut und gerne 20% auch mehr Schaden, die hier am Start sind. Erster Schuss. Ware normal 9000. Das sieht jetzt schon ganz anders aus mit der Skalierung. Hier ist einfach schon Weltklasse. Muss man einfach sagen. Macht einfach Laune. Ich gucke mal gerade nochmal hier in so einem normalen Dieb da, dass wir vielleicht einen normalen Schuss sehen. Ja, 5900 statt eben, ich glaube 4000 irgendwas war es. 4400 oder 47 oder sowas. Also es ist wesentlich mehr. Und da seht ihr, dass das halt schon Sinn macht. Gerade mit dem Markt dann nochmal. Und dann knallt das halt schon ordentlich rein. Da kann man da schon ordentlich abgehen in so einem Dungeon. Kann man da ordentlich Betrieb machen. Und jetzt habe ich ja immer noch Möglichkeiten, mein Gear hier immer noch weiter zu verbessern. Ist ja nur Mystic 3, glaube ich, bin ich jetzt. Also ist noch etliches möglich. Gucken wir nochmal. Erster Schuss hier. Der Kollege hat schon alles klar gemacht. Ja, 5900. Und er sieht, es grittet viel öfter. Das ist natürlich sinnvoll. Man hätte es jetzt können auch machen, habe ich ja gesagt, komplett auf Grittschaden. Dass ich halt mit dem Schaden so schwach bleibe. Dafür hätte ich aber 70% Grittchance oder sowas. Ist natürlich auch eine Schlechte. Dann grittet mein Charakter halt durchgängig eigentlich mit dem doppelten Schaden. Kann man auch machen. Wäre auch eine Möglichkeit, wie das Ganze hier Sinn macht. Ich habe mich jetzt für Attack entschieden, falls es halt schief geht, dass man halt eben da noch einen höheren Schaden hat. Oder wie ich schon sagte, man könnte auf Verteidigung gehen oder oder. Nur hört auf mit so Sachen, was weiß ich. Gerade bei den geteilten Mahlzeiten, da kann man schnell daneben liegen. Da würde ich auf jeden Fall auf das Rindfleisch Curry da gehen. Also auf Grid Damage oder Grid Raid. Alles andere ist mir viel zu schwach. Also wenn ihr gar keine Optionen da habt, dann auf jeden Fall Grid Raid für die Gruppe buffen. Das ist meine Auffassung da. Und ihr seht, das geht halt ordentlich ab. Macht schon absolut Sinn. Und ist dann in einem Dungeon gerade absolut nützlich zu gebrauchen. Und es war mir wichtig, das mal nochmal mitzuteilen. Das habe ich mal im Englischen schon mal gemacht. Und ich wollte es einfach nochmal hier so zeigen, dass es schon sich absolut lohnt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. War eine kleine Investition jetzt für mich. Aber ich hoffe, das Ganze kommt dann ganz gut bei euch an. Also in Zukunft, wenn wir mal von Buffhut reden, wisst ihr, was ich da ungefähr gemacht habe. Vielleicht zeige ich es danach immer, ob ich Klingen gewählt habe. Oder vielleicht sogar irgendwas Defensives oder was weiß ich was. Ja, das müssen wir dann halt sehen. Auf jeden Fall, dass ihr wisst, von was redet der überhaupt. Was für drei Buffs sind das, die da aktiv sind. Wo kriegt man die her und so weiter. Das wollte ich halt sagen. Generell, genau, wo kriegt man die her. Man kann es halt im Estate sich, sage ich mal, machen lassen von den Angestellten halt. Eben, man kann es sich herstellen lassen. Man kann es selbst durch Alchemie herstellen, wenn man halt die nötlichen Rezepte hat. Und, ja, halt eben mit den nötigen Loot. Dann kann man sich das Jägers und so, das ist eigentlich relativ gut herstellbar. Das kriegt man eigentlich ganz gut. Zum Beispiel, also diese Grid-Trade-Dinger da. Ja, oder man kann es sich halt einfach immer herkaufen von Leuten, die es eben haben. Ja, das ist alles. Mehr gibt es dazu, nicht zu sagen. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, euch irgendwie weitergebracht. Und wir hören und sehen uns. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.